Was macht ne Blondine mit ner Autotür in der Wüste? Da war Fenster runter. Der war, Digga, der war zu wild. So, Wild, was geht ab, Freunde? Heute machen wir Among Us mit dem lieben Ambigate. Ich werd dafür bezahlt, dass ich dabei bin. Und zwar seht ihr es schon im Titel. Wir spielen heute Among Us, aber wenn du lachst, bist du tot. Ja, Alter, dann bist du tot an meiner Sochtung. Genau, Freunde, ich würde aber sagen, wir schlacken nicht lange darum um. Wir machen natürlich ne Schniche und wunderschöne Erklärung für euch. Und dann würde ich mal sagen, geht's rein in die Runde. Und zur Teamauswahl, let's go. Willkommen zu der Erklärung von Among Us. Wer lacht, wer stirbt. Nein, wer lacht, der stirbt. Modus, yeah. Heute, Freunde, es gibt es zwei Teams. Einmal Team Odumon, einmal Team MBK mit jeweils vier weiteren Personen. Wir müssen durch die ganze Map rumlaufen und die Personen müssen uns einen Witz erzählen. Wenn der Witz lustig war, darf diese Person weiterleben. Wenn sie aber nicht lustig war, wird er abgestochen. Nimm, Puttermesser. Und, Freunde, derjenige hat gewonnen, der am meisten Leute noch hat, die den anderen zum Lachen gebracht hat. Und es war lustig. Deswegen, gebt euch die Show. Tschüss. Digger, wir sind im Post hier worden und ich habe gerade irgendwelche... Keine Ahnung. Egal, Freunde, wir fangen an mit der Teamauswahl. Piss, Pott, komm hoch. Piss, Pott. Piss, Pott, Digger. Okay, mach du. Piss, Pott. Piss. Warte, Pott. Piss. Regenbogen. Okay. Guck mal, das ist doch perfekt. Guck mal, das ist doch perfekt. Du nimmst das obere Team, ich nehme das untere Team. Ja, okay. Okay, perfekt. Ich mag eh, Leute. Ich mag eh, die Leute. Ich mag eh, die Leute. Digga, der ist dumm. Egal. Okay, Freunde. Da darf ich mal sagen, ich und Mirkan bleiben jetzt hier 10 bis 51 und dann müsst ihr euch einfach rumlaufen. Ihr müsst einfach rumlaufen. Geht, verpisst euch. Verpisst euch. Und sucht euch einen Witz. Verpisst euch. Ganz kurz, Mirkan. Wie geht es dir eigentlich an diesen wunderschönen Tagen? Ich trinke Uso. Was machst du so? Ich trinke Fanta. Was machst du so? Ich trinke Fanta in... Sauhanta. Cringe. Okay, ob ihr bereit seid oder nicht, wir kommen jetzt. Okay. Mirkan, wir gehen hier ran. Wer war mein Team? Ich. Ach ja, stimmt. Egal. Die Leute wissen ja. Die Leute wissen ja. Wenn einer stirbt, dann ist der halt dann nicht los. Ich und wir nehmen auch. Oh, du meinst, wie das denn gut? Hey, der ist echt gut. Perfekt, Digga. Nice. Kid Mave, du bist leider raus. Der wird jemanden killen, der war mein Team. Das Ding ist, Warten, Mirkan. Müssen wir uns jetzt zum Lachen bringen oder müssen wir nicht lachen? Deine Leute müssen mich versuchen zum Lachen zu bringen. Wenn ich lache will, da hast du einen von meinem Team killen. So, Wackel. Wo warst du im Team? Bei mir. Das heißt, er musste mich versuchen zum Lachen zu bringen. Bring mich zum Lachen. Rede. Warum habt ihr alle eigentlich meine Klamotten an? Ganz kurz. Warum hast du meine Klamotten an? Ganz kurz. Das sind meine. Bei mir sind es keine Ölkleck. Das sind Wacken. Das sind Wacken. Hallo, du darfst reden. Hallo, Igel. Du musst mich zum Lachen bringen, mein Freund. Ja, okay, ich versuch's. Okay. Okay, wieso schreit Odomann immer in seinen Videos? Weiß ich nicht. Er wurde immer von seinen Eltern angeschrien. Oha. Oha, Digga. Oh nein, nicht mal. So zu lachen. Oh nein. Igelei. Das ist ja kackt, Digga. Mann. Ich bin cool, der Gewächs, sonst bist du auch tot und kriegst Minus ranken. Quats. So, Freunde. Mehrkanade hat nur noch drei Leute, die mich zum Lachen bringen können. Denn er hat mich nicht zum Lachen gebracht. Hä, wieso hast du ihn jetzt umgebracht? Ja, er hat mich nicht zum Lachen gebracht. Oh mein Gott, das ist ja voll der Extremsversion. Okay. Über die Extremsversion. Die müssen uns zum Lachen bringen. Verstehst du, was ich meine? Ja, es muss einfach von deinem Team finden. Okay, wir müssen jetzt mein Team finden, Digga. Wo ist der erste, Digga? Spaß. Wo ist der erste, Digga? Oh. Wir nehmen, ich will jetzt bitte Leonid nehmen, denn der wird eh reinscheißen. Leonid, bitte entfernen Sie sich von, ähm, genau. So. Bitte erklären Sie Mirkan einen Witz und wenn er nicht lacht, dann steche ich dich höchst persönlich ab. Warte ganz kurz, F in den Chat, weil er hat Simon's Herz unterbrochen von Odoman. Das ist halt echt so, Digga. Schreibt Hashtag F in die Kommentare, Leute. Let's go. Okay, Leonid, los geht's. Das Traurige ist, ich bin seit fünf Minuten an dieser Aufgabe. Das interessiert keinen. Erzähl den Witz, du Stück Scheiße. Ein Witz? Ja. Aber Mirkan hat gelacht. Das war der Witz. Mirkan hat gelacht. Hä? Nein, das zählt nicht. Das zählt nicht. Erzähl jetzt deinen Witz, äh, Leonid, sonst muss ich dich abstechen. Ich hab keinen. Perfekt, Digga, nice. Der Swing ist Leonid bei Odoman. Wo ist... Junge, der nicht so ein Lass, okay. Er macht einfach so einen Witz, mit dem Witz, kommt er einfach so Schlappkern. Jacuzzi. In welchem Team bist du? Bei dir. Bei mir. Oh, traurig, Digga, dann müssen wir weiter jetzt. Schlecht, Digga. Müssen wir jetzt weiter, Digga. Müssen wir jetzt weiter. Ich hab ihn nicht angespuckt, das war der Wind. Das Ding ist, was mir auffällt, du hattest am Anfang recht, dass wir lieber in dem Kreis stehen sollen, weil es rumlaufen ist anstrengend, weil ich dick bin. Kommt mal bitte alle in den Cafeteria. Alle in den Kreis, Digga, alle in den Kreis. Okay, warte, mein Team hier auf den rechten Tisch und die Gays Team in den linken Tisch. Ja, ihr geht in den Tisch rein bei mir, bitte. Digga, ich hab noch eine Hauptwaffe, Digga. Das ist meine Gang, Digga. Deine Gang? Lavinia ist meine Katze. Wir sind noch drei gegen drei, mir kann. Wenn du willst, ich kratz dich. Okay, ähm, wer war jetzt dran? Warte, Leonid war dran. Das heißt, jetzt musst du einer von deinen... Ich will Dial aus. Okay, Dial. Dial. Erzähl mir einen Witz. Rückzugkipp. Rückzugkipp. Dial, was ist das für ein Name, Digga? Dial. Dial, Mutter. Hau raus. Hau raus, Dial. Deine Mutter ist so beharrt, als sie Star Wars im Kino schauen wollte, haben alle gerufen, guck mal, Chewbacca. Pssst. Was? Ey, warte mal, ich hab's nicht verstanden. Er macht so Triple Time. Er ist auf einmal Kollege geworden, Digga. Ich bringe nochmal, nochmal, bitte, 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 bitte. Nochmal, nochmal, nochmal. Aber für Odomans, bitte jetzt. Deine Mutter ist so beharrt, als sie Star Wars im Kino schauen wollte, haben alle gerufen, guck mal, Chewbacca. Äh, ja gut. Hey, wenn es nicht. Weiß nicht, Meckan, du darfst entscheiden, ob du in Slack darfst oder ob ich gelacht hab. Gelacht hab ich jetzt nicht, also der Witz. Ja, siehst du. Schwierig. Hau ihn um, Digga. Ah, Digga, Slack. Okay, dann würde ich mal sagen, da ich Minecraft nicht kenne und ich weiß nicht, warum er sich Minecraft... Hochlauch. Hochlauch, bitte. Donnerschlag, Blitz, Attackenschwein. Komm, Lerf, komm zu mir. Ah, ich glaub, warte, Jacuzzi will, glaub ich. Ne, Jacuzzi, komm, Jacuzzi, mach. Jacuzzi, komm. Feuer, Donnerschwanz, Blitz, Attack. Warum kein Känguru höher springt als sein Haus? Weiß nicht. Naja, weil ein Haus nicht springen kann. Ey, ich fand den gut, Digga. Wir brauchen nicht schlecht. Ich hab auch... Also, ich grinse auch. Du Hund, ja, Digga. Ist in Ordnung. Traurig wirkt, Digga. Was dann, okay. Ja, wenn ich wir, was dann, Digga. Ja, komm. Slack ihn weg, Digga. Slack. Wo wird dein Cousin, Digga? Jacuzzi hat dein Schnotze. Ich... Kode, let's go. Oh, nee, okay. Es könnte sein, dass ich bei ihm vielleicht lache, Digga. Okay. Kode, hau raus. Der Sohn zu seinem Vater, warum... Ja, 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 ja. Verpiss dich. Verpiss dich, du Hund, Digga. Ey, du, ey, nicht Mave Mims. Nicht Mave Mims. Mave Mims ist mein Schatz. Hochlauch, komm hoch. Hochlauch. Tut mir leid, aber... Tut mir leid. Ach, da ist das. Okay. Mave Mims. Mave Mims, wenn du jetzt Mirkan nicht zum Lachen bringst, ich werde dein Kanal... Ich sag's dir. Ich werde dein Instagram-Account striken, Digga. Ich auch. Ich werde dich läschen lassen, Digga. Jetzt hau einen Witz raus, wo Mirkan lacht. Warum so ein Bienen? Weiß nicht. Weil sie den Text nicht kennen. Weil sie den Text nicht kennen. Ey, der war gut. Schrei schon wieder rum. Mirkan, der war gut. Ja, warum? Du hast gelacht. Du hast dich self-gemutet. Hä, hab ich gar nicht. Äh, ich hab nicht gelacht. Du hast gelacht. Ich darf jemanden töten. Ich hab mich schmunzelt. Wen darf ich töten? Ich bin Kurde. Lavinia muss noch einen Witz erzählen. Lauf weg, Kurde. Lauf weg. Oh mein Gott, wir sind so dumm. Oh mein Gott, wir sind so dumm, Digga. Wir sind so dumm, Digga. Holy shit, Digga. Okay, Lavinia darf noch einen Witz erzählen. Erzähl mir. Los, Lavinia. Was ist der Unterschied zwischen gratis und umsonst? Was ist das? Deine Schule war umsonst, meine gratis. So, meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn ihr Lavinias Witz gefeiert habt, dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, dass ihr ihn gefeiert habt. Und schreibt doch mal gerne einen Witz in die Kommentare, dass, wenn ich die Kommentare durchlese, mich totlache. Und wenn ich mich totlache, lasse ich ein Herz. Deswegen schreibt unten Gatsi rein, damit ich mich totlache. Und checkt natürlich auch Mirkan ab. Der ist auch gerade live, deswegen checkt auch seine Streams ab. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Haut rein, macht's gut. Drucker, erzähl mir einen Witz. Mirkan, was ist der Unterschied zwischen dir und Odeman? Ich bin hübsch. Du bist hässlich und ein fetter Hurensohn.